Warum darf Schwarz diesen Bauern hier nicht schlagen? Also es sieht so aus, als würde Schwarz jetzt diesen Bauern bekommen, hatten Bauern mehr und der Tausch würde jetzt eigentlich Schwarz nur zugute kommen. Jetzt hat Schwarz aber völlig die Partie verworfen. Mit einem simplen Trick wird Weiß hier Figuren gewinnen. Lösung wieder in die Kommentare.